Ich muss du nicht angucken, von mir kriegt sie ein Schild, das Miststück kann sehen. Was? Es geht um Verrat? Es geht nicht um Verrat, Spencer. Es geht um Rache. Er weiß, dass wir lügen. Also jammer nicht weiter den Fjorden hinterher und schnapp dir den Tiger. Ich weiß, es ist vorbei. Ich weiß es. Ja, ich kenne das tote Mädchen, das nicht mehr tot ist. Wenn zu dem Rate der Gedanken kehren, so süß und still die Schatten alter Zeit, muss vieles, was ich gesucht, entbehren. Mit altem Schmerz beklagen, neues Leid. Die Träne rinnt dem Aug, entfremdet nieder und freunde dann in zeitlos düsterm Grab. Vergangenen Liebeskummer weine ich immer wieder und alle Hoffnungen, die ich verloren hab. Entschuldigt, ich hab mich wohl etwas hinreißen lassen. Morgen lest ihr mir vor. Dr. Rollins, hatten wir einen Termin? Ich wollte Ihnen das gerne persönlich sagen. Die Anhörung wurde festgesetzt. Ja. Danke. Danken Sie mir lieber noch nicht. Sie ist schon in vier Tagen. In vier Tagen? Ja, entweder in vier Tagen oder in sechs Monaten. Alison? Ich möchte dem Schreiben vom Gericht etwas hinzufügen. Ich werde es weitergeben. Danke. Alison, ich muss Sie daran erinnern, das Gericht verpflichtet, Ihre Freundinnen zu kommen, aber das heißt nicht, dass Sie sie unterstützen. Sie kennen die vier nicht. Es ist nicht viel Zeit, aber ich wollte, dass Sie diese Worte auf Papier seht und nicht auf einem Bildschirm. Ihr sollt etwas in den Händen halten, das ich in den Händen hatte. Etwas, das uns verbindet. Fertig? Okay. Wir haben so viele schlimme Dinge zusammen durchgestanden und wir verstehen einander besser als irgendjemand sonst auf der Welt. Hey. Ja. Danke. Hi. Danke, Sie sind ein Schatz. Wir hatten eine tolle Unterhaltung. Aber unsere Geschichte verbindet uns auch mit einer weiteren Person Es ist jemand, den ich liebe und der mich braucht Danke Ich weiß, dass ihr nach Rosewood kommt, um vor Gericht über Charleds Entlassung zu sprechen Ich hätte gerne fünf Minuten mit euch, in denen ich euch alles erklären kann Fünf Minuten, die mein Leben verändern können